Hallihallo, welches Programm sehen Sie gerade? Falsch verbunden. Ja, danke. Ja, hallo, welche Sendung sehen Sie sich gerade an? Dankeschön. Guten Abend, welche Sendung sehen Sie gerade? Die Wochenschau. Jungs, wir haben ein... Wir können loslegen! Die Wochenschau. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit... Indolf Lück. Anke Engelke. Marco Wiemann. Und... Karen Friesicke. Die Wochenschau. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenschau. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Rührend. Schumi denkt schon an sein Baby. Sensation. Camilla Parker Bowles wirbt für Barilla. Aufgedeckt. Dirty Dancing auch in Altersheimen. Und unerwartet. Solidarität mit Peter Graf. Die Themen der Woche. Neues gibt es natürlich von der englischen Königsfamilie. Prinz Charles und Lady Diana genießen seit der Scheidung ihre neu gewonnene Freiheit. Während Charles versucht, seinen Typ zu verändern... ...kümmert sich Diana liebevoll um Kriegsveteranen. Aber nicht nur in England, auch im Irak geht man neue Wege. Das staatliche irakische Fernsehen hat jetzt die Rechte an der beliebten Western-Serie Bonanza gekauft. Gestern wurde die erste Folge ausgestrahlt. Die Musik von der Schleifung ist in der Nähe von der Schleifung. Herr Dunde, meine Damen und Herren, zu einem Thema in eigener Sache. Die Wochenshow entschuldigt sich. Unser Top-Reporter Horst Lemminger leistete sich nämlich in dieser Woche eine ungeheure Geschmacklosigkeit. Sie gehören zu unserem Geschichtsschiff. Aus Sieh! Aus Sieh! Das hat mir gerade noch gefehlt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das habe ich nötig, mir von Ihnen sagen zu lassen. Die Meinung von Horst Lemminger, meine Damen und Herren, spiegelt in keinster Weise die Meinung der Wochenshow wieder. Weder die Redaktion noch irgendein anderer Mitarbeiter der Wochenshow möchte, dass sich der Bundespräsident auszieht. Und möchten Sie vielleicht nochmal unsere ganz neue Spezialität probieren? Gerd, das kannst du nicht besuchen. Du brauchst das doch ganz und gar aus politischem Rindfleisch. Eben drum. Du weißt doch, was eine politische... Gell? Die schmeckt lecker, ne? Verabrede dich mit tollen Typen aus ganz Deutschland hier auf der Line. Trau dich, ruf an! Wie ist das? Was ist los? Bundes Talk die Chat-Line. Sei nicht schüchtern! Hab Spaß! Hup an und trifft tolle Typen rund um die Uhr. Bundes Talk die Party-Line. Der Nachrichten wieder. Moskau. Boris Jelzin erhält in diesem Jahr den Deutschen Medienpreis. Auf seinen bevorstehenden Deutschland-Besuch wurde er schon jetzt sorgfältig vorbereitet. Washington. Der Wahlkampf in den USA geht in seine entscheidende Phase. Präsident Bill Clinton stellte heute seinen offiziellen Wahlslogan vor. In die Zukunft mit offenen Augen. Paris. Die Regierungen von Frankreich und Deutschland vereinbarten gestern eine engere Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Staatspräsident Chirac ließ seiner Freude darüber freien Lauf. Stuttgart. Knapp 200 Landwirte protestierten heute gegen die Streichung von Subventionen. Minister Borchert versuchte die angespannte Lage zu entkampfen. So, liebe Freunde, zur Auflockerung mal ein kleiner Witz. Kommt ein Mann in eine Kneipe und sagt, ich bekomme einen Pilz. Vielen Dank, Herr Ober hinter der Teege. Also, ja, dann würde ich doch mal zum Arzt gehen. Bonn. Theo Weigel verfolgt einen eisernen Sparkurs. Um den Schulden bergab zu bauen, verschiebt er im Bundestag sogar notwendige Reparaturen. Karlsruhe. Die Gewerkschaft der Polizei beklagt den zunehmenden Missbrauch von Notrufeinrichtungen. Zu den Tätern gehören immer öfter auch alte Menschen. Polizei, Notruf. Hallo. Hallo. Hallo, melden Sie sich bitte. Hören Sie, das ist heute schon das fünfte Mal. Sie blockieren den Notruf. Sagen Sie was oder legen Sie auf? Passt mal auf, Freundchen. Wenn ich dich erwische, dann kannst du doch was erleben. Verbrecher. Das war der Nachricht, lieber. Danke, Anke. Bastian. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Kommentar der Woche. Es spricht... Horst Lemminger? Ja, Ingolf. Das Thema meines Kommentars sind Frauen. Vor allem Frauen in Nachrichtensendungen. Viele Leute finden ja, es gäbe immer noch zu wenige davon. Ich nicht. Meine Erfahrung ist, Frauen sind für Nachrichten völlig ungeeignet. Aber Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, nehmen wir mal Dagmar Bergkopf. Die ist sehr kompetent, hat eine ganz tolle Stimme und jeden Abend Millionen von Zuschauern. Ja, ja. Aber, aber Frauen kennen sich überhaupt nicht aus auf dieser Welt. Ich bin rumgekommen. Welche Frau kann es von sich schon behaupten? Sabine Christiansen. Ja, die war nämlich früher Stewardess und der ist sicherlich mehr in der Welt rumgekommen als du und ich gemeinsam. Oder Gabriele Krone-Schmalz, ja, in Moskau und und und. Ich glaube, du hast dich da doch ziemlich verrannt in deinem Thema, he? Ich verrannte? Das Schlimmste ist ja, dass Frauen Frauen sind. Äh, was? Frauen werden. Frauen werden schwanger. Ja, schwanger. Wie Anke, unsere Nachrichtensprecherin. Schwanger. Ich hab da übrigens nichts damit zu tun, Ingolf. Ich nicht. Also, Horst, dieses Thema gehört jetzt ja nun wirklich nicht hierher, hm? Doch, doch, Ingolf. Das muss mal gesagt werden, ja? Wer ist denn in Anke? Äh, ich meine, mit Anke im Fahrstuhl stecken geblieben. Ich war's auf jeden Fall nicht, Ingolf. Ich nicht. Horst, das reicht jetzt. Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen... Nein, nein, noch lange nicht. Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Du hast doch gesagt, wenn wir eine Frau kriegen, dann wird die geschwängert. Und dann hast du gesagt, wären wir beide ganz alleine hier. Wäre das alles uns... Horst, davon ist nichts wahr. Kein Wort von dem, was du da sagst, ist wahr. Du weißt ja nicht, was du sagst. Schluss jetzt. Von wegen. Anke hat mir alles haarklein erzählt. Und was haben wir davon? Den da. Bastian Pastete. Pastewka. Ja. Gesundheit. Danke. Und was willst du jetzt mit dem machen? Vielleicht auch? Also, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt reicht es, Horst. Jetzt reicht es mir wirklich. Moment mal. Es reicht vollständig. Das lasst es mir nicht gefallen. Nicht mit mir. Ich pack's sonst aus. Ich geh zur Presse, zum Rundfunk, zum Fernsehen. Du bist im Fernsehen, Horst. Meine Damen und Herren, das war der Kommentar von Horst Lemmiger. Nach der Pause sehen Sie ein Exklusivinterview mit Fußballstar Toni Polster. Intime Geständnisse von Helmut Kohl. Und wie immer hat unser Produzent im zweiten Teil eine nackte Frau versteckt. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Gleich sehen Sie die schönsten Momente vom amerikanischen Basketball. Vom Boxen. Und vom Freundschaftsspiel Deutschland gegen Polen. Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt sofort live in die Kölner Innenstadt, wo sich ein schreckliches Unglück anzubahnen scheint. Ich gebe ab an meinen Kollegen Bastian Pastewka. Die letzte Möglichkeit der Ausweglosigkeit zu entfliehen. Selbstmord. Ein Drama, das sich täglich wiederholt. In jeder Stadt. In jedem Land. Dort oben auf dem Dach des Gerling-Hochhauses steht ein junger Mann, den seine Freundin verlassen hat. Stefan, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist viel zu weit weg. Komm, lass mal näher rangehen. Hier siehst du ja gar nichts. Können wir, können wir. Die letzte Möglichkeit der Ausweglosigkeit zu entfliehen. Selbstmord. Ein Drama, das sich täglich wiederholt. In jeder Stadt. In jedem Land. Dort oben auf dem Dach des Gerling-Hochhauses steht ein junger Mann. Oh Scheiße. Fussi! Zum Sport. Thema Nummer eins in dieser Woche waren die Probleme beim ersten FC Köln. Erst der Weggang von Torwart Bodo Egner und dann das frühe Pokal aus. Nach der Auswärtsschlappe in Stuttgart sprach mein Kollege Marco Riemer mit dem Stürmerstar Tony Polster. In der Kabine herrscht Trauerstimmung. Dies ist die Atmosphäre einer verlorenen Schlacht. Die Luft ist erfüllt von einem schweren Duft. Es ist der Duft von Männern, die an einer großen Aufgabe gescheitert sind. Der Duft von Niedergeschlagenheit. Der Duft von alten Socken. Tony Polster. Ein rapenschwarzer Tag für Sie. Gutes Spiel gemacht. Elfmeter verschossen. Das ist ja verdammt ehrelich, aber als ich mir den Ball aufgelegt habe und angelaufen bin, wusste ich nicht mehr wegen der Ecke schießen sollen. Jaja, das sah total lächerlich aus, ja? Naja, aber letztendlich haben wir gemeinsam verloren. Die ganze Mannschaft. Jetzt durch. Heißt das, ihr wascht euch vom Schweiße der Niederlage rein? Wenn sie das so sehen, aber wir werden uns zusammensetzen müssen. Reden über die Fehler und so. Ja. Ähm, Toni, wie ist das eigentlich, wie kommt das an bei den Frauen, wenn ihr immer als Verlierer nach Hause kommt? Wir verlieren ja gar nicht jede Woche. Und außerdem, wenn wir Samstag die Bayern schlagen, dann schaut es wieder viel besser aus. Außerdem, ich fühle mich gar nicht so schlecht. Ich geh jetzt duschen. Äh, ja, Toni, jetzt eine andere Frage. Auf den Elfmeter noch einmal zurückzukommen. Wann ich jetzt duschen? Alleine. Ja, ja. Sicher, sicher. Das war's. Und wir müssen jetzt tun so. Dramatische Bilder gab es heute beim siebten internationalen Gewichtheber-Meeting in Koblenz. Zweimal scheiterte der Bulgare Risto Balakov bei dem Versuch, einen neuen Weltrekord im Halbschwergewicht aufzustellen. Dramatische Bilder Dramatische Bilder Dramatische Bilder Dramatische appleschwerden Super, boah, teaspoonschwerden Super, boah, milieu, geo, doct brightly, geo, unre, Skills, hoch, laut, viens, mantle, Joach, ruht, following, boah, wszystJa Dramatische Bilder Volker Finke jetzt hart durch. Hey Trainer, wie läuft's? Wie viel steht's denn eigentlich? Das ist ja zum Lachen der Regen. Ja, du, langsam, langsam hier. Ich will sofort noch mal Fragen dürfen. Mann, 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 hier. Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir schalten jetzt live rüber nach Koblenz. Trotz starker Bedenken des Turnierarztes tritt der Bulgare Balakow nun zu seinem letzten und entscheidenden Versuch an. Herr Bundeskanzler, Herr Dr. Kohl, im Oktober werden Sie mit Ihrer Amtszeit Konrad Adenauer überrunden. Was viele Leute vergessen haben, vor Ihrer politischen Karriere, haben Sie sich als Schlagersänger durchgeschlagen. Und Conny selbst war es, der Sie bei Ihrem ersten und einzigen Auftritt in Berlin für die CDU entdeckt hat. Wie war das damals? Ich habe ja nicht mit ihm sprechen können, weil ich vor dem Rathaus, auf dem Rathausbalkon in Schöneberg stand und gerade ausgepfiffen wurde. Ah ja, wie hieß denn eigentlich Ihr größter Hit? Wenn du Hahn auf dem Kirschturm sein willst, wird dich jeder wieder. Toll. Heute ein Evergreen. Nach ihren wilden Jahren kamen Sie aber schließlich doch zur CDU. Man sagt, Adenauer persönlich hätte Sie zuerst einmal unter eine heiße Dusche gestellt. Warum das denn? Ich war ziemlich vergammelt. Dann kam auch für Sie die Zeit der Liebe. Sie waren ja berühmt für Ihre Taktik, erst fummeln, dann reden. Haben Sie damit nicht viele Frauen verschreckt? Ich habe mich umgeschadet, das weiß ich auch, mit meiner ganz von sehr direkten, vielleicht zu direkten Art, aber die meisten mögen es gerne. Als Anführer der sogenannten Busen-Krapscher-Bande sind Sie ja bisweilen ziemlich, ich sage mal, weit gegangen. Gab es auch negative Reaktionen? Ja, dann hat man am helligsten Tagbrüttel bezogen. Aber das hat man hingenommen, bis das Wetter, das war halt so. Ja, finde ich auch, Herr Doktor Kohl. Dann haben Sie ja schließlich Ihre Frau kennengelernt. Wie war denn das erste Mal mit Hannelore? Nacht spät, im Kanzlerabend, waren wir ganz alleine untereinander auf der Mauer gesessen. Es gab da sozusagen den ersten menschlichen guten Kontakt. Ach, schön. Herr Doktor Kohl, Sie sind jetzt seit 14 Jahren Bundeskanzler. Ich sehe vor mir einen der mächtigsten Männer der Welt. Aber wie ist das bei Ihnen? Mit was würden Sie sich vergleichen, wenn Sie sich morgens nackt im Spiegel betrachten? Caramel-Pudding. Gibt es vielleicht noch ein Motto, das Sie den Bürgern draußen im Lande mit auf den Weg geben möchten? Leute, es muss mir gesoffen werden. Ja, danke, Herr Bundeskanzler. Und Prost! Guten Abend. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Für seine hochschwangere Verlobte Beate hatte sich der 28-jährige Karosseriebauer Bernd Walter ein besonderes Geschenk ausgedacht. Einen Kurztrip in die Großstadt. Gleich am ersten Urlaubstag ziehen die beiden Bamberger los, gehen in ein großes Kino-Center. Vor dem Film will Bernd noch einmal kurz auf die Toilette, doch er kennt den Weg nicht genau. Passiert schildert die unglaublichen Vorgänge, die dieses junge Glück zu zerbrechen drohten. Obwohl es nur noch drei Minuten bis zu Beginn des Films waren, musste der junge Mann seint die Kopf durchsetzen. Er will unbedingt auf die Toilette. Dann ist er spurlos verschwunden. Es war schon ein furchtbar komisches Gefühl, als er plötzlich nicht mehr da war. Aber ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich ging durch die Hölle. Kurz vor dem Film noch mal schnell aufs Klo. Um Zeit zu sparen, kriecht Bernd Walter sogar unter dieser Absperrung durch. Und er sagt noch, komm doch einfach eben mit, damit wir uns nicht verlieren. Und ich sag, ich kann da nicht rüber. Ich zerreiß doch mein ganzes Zeug. Und da sagt er, da drüben muss irgendwo eine Toilette sein. Da geh ich jetzt hin. Und ich sag, da ist kein Klo. Bitte bleib doch hier, bitte. Alleine macht er sich im riesigen Kino-Center auf die Suche nach der Toilette. Was dann geschieht, ist zunächst unklar. Als ihr Verlobter auch um halb neun noch nicht zurück ist, informiert Beate die Polizei. Ja, wir haben schnell und verantwortungsvoll gehandelt und eine große Suchaktion gestartet, an der mehrere Hundeführer, Polizeihundschrauber und der Kinobesitzer selbst beteiligt waren. Erleichterung, dann knappe 10 Minuten. Später, wie die Aufnahmen der Überwachungskamera im Foyer beweisen, ist Bernd nicht direkt auf die Toilette gegangen, sondern hat sich auch noch schnell Zigaretten gezogen. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war ganz durcheinander, aber jetzt habe ich ihn ja wieder, meinen lieben Schatz. Ein Nachtrag in eigener Sache. Beate hat ihrem Verlobten verziehen. Er musste versprechen, so etwas nie wieder zu tun. In drei Wochen wollen die beiden heiraten. Nächste Woche in Passiert, Inzug im Mutterleib, wenn Zwillinge sich zu sehr lieben. Digitales Fernsehen, meine Damen und Herren, alle reden davon, wir machen es wahr. Mit Hilfe dieser Digibox können Sie nun direkt in unser Programm eingreifen. Sie drücken hier auf den grünen Knopf, wenn Ihnen das Programm gefällt, oder aber auf den roten Knopf, wenn Ihnen das Programm nicht gefällt. Sehen Sie nun eine Deutschlandpremiere, das interaktive Wetter mit Dr. Jakob Kirschner und unserer Yvonne. Hallo und willkommen beim Wetter. Ich bin Dr. Jakob Kirschner und präsentiere das Deutschlandwetter. Und ich bin Yvonne und habe für Sie das Reisewetter. Die Vorhersagen für Deutschland. Ein Tiefausläufer bringt kalte Meeresluft zu uns und sorgt für einen stürmisch-regnerischen Wochenbeginn. Doch dann klart es wieder auf, die Sonne kommt durch und bringt uns wohlig warme Temperaturen. Zur Wochenmitte aber zeigt sich dann der Herbst dieser von seiner kalten und unfreundlichen Nein, der Herbst wird natürlich schön. Goldenschön. Mit geradezu tropischen Temperaturen. Wir alle wirken schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ich wollte sagen, es wird zwar warm, aber nicht zu warm. Es wird nicht regnen und wenn, dann nur nachts. Fräulein Yvonne, das Reisewetter. Das Reisewetter. Rund ums Mittelmeer finden Sie ideale Bedingungen fürs Nachtbaden. Moment mal, ja, so hatten wir nicht gewettet. Machen Sie sofort Ihre Bluse. Vielleicht hat er ja recht. Ich mache den Knopf wieder zu. Ah! Nicht wieder auf. Das war's vom Wetter. Das war die Wochenschau mit den witzigsten Nachrichten der Welt. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Auf Wiedersehen und noch ein schönes Wochenende. Und jetzt gibt's die witzigsten Werbespots der Welt mit Prinz Egner. Tschüss. Alles gut. Für sich umgelegt, bist du getroffen. Na, du Geldgelderbock? Na, du Geldgelderbock? Ja, du Geldgomber-K unchanged. Na, du Geldgelderbock äußert hier? WasInstant hat esta